So, einen schönen guten Tag von meiner Seite aus. Mein Name ist Benjamin Tschetschik und ich arbeite beim Landeskriminalamt Baden-Bürttemberg. Ich bräuchte jetzt vielleicht noch ein kurzes Zeichen, ob man mich hört, ob Sie mich hören und ob die Präsentation für Sie sichtbar ist. Super, herzlichen Dank. Ja, zunächst möchte ich was Organisatorisches loswerden. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die sehr gerne ans Ende stellen. Sie können sehr gerne auch zwischendurch Fragen schreiben, wenn Sie möchten. Wir werden die dann nur am Ende in der Diskussionsrunde ab 12 Uhr beantworten. Genau. Oder Sie heben sich die Frage einfach auf und stellen die dann am Ende. Genau. So, ja. Dann ist mir noch wichtig zu sagen, vielen Dank, dass ich hier Gelegenheit habe und dass wir Gelegenheit haben als Polizei Baden-Bürttemberg und Landeskriminalamt Baden-Bürttemberg hier einen kleinen Impuls zu geben, einen Praxisimpuls. Das ist für uns in diesem Gremium und bei diesem Deutschen Traditionstag, da fühlen wir uns geehrt und sind mir dankbar für. Genau. Heute das Thema von uns ist Gewaltig daneben, Clips zur Gewaltprävention. Wir haben da eine Kampagne ins Leben gerufen, die ich Ihnen jetzt auf den folgenden Folien und in den folgenden 15 Minuten ungefähr vorstellen darf. Die Kampagne, wie ich gerade kurz genannt habe, heißt Gewaltig daneben und ist Teil von unserem Gesamtkonzept der Gewaltprävention. Sie sehen jetzt die rote Farbe, das ist auch Teil unseres Corporate Designs für die Gewaltprävention eben mit der Absicht, das einheitlich zu gestalten und dass das landesweit einheitlich ist. So, dann zur Gliederung. Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir Ihnen gleich zu Beginn einen Clip zeigen werden. Das soll dann dazu dienen, dass Sie sich einfach vorstellen können, um was es überhaupt geht. Und dann werde ich dazu noch ein paar Erläuterungen machen, noch was sagen zu den Inhalten, zu den Zielen. Wir haben auch ein umfangreiches Begleitheft erstellt. Genau, und am Ende habe ich noch Impressionen von der Kick-Off-Veranstaltung. So, dann sind wir auch schon bei den Clips. Wir haben das mittels QR-Code umgesetzt. Das bedeutet, dass die Zielgruppe sich das mit dem Handy einfach scannen können und dann im Vollbildmodus auf ihrem Handy anschauen können. Genau, ich will jetzt gar nicht zu viel vorab sagen. Idealerweise schaut man das eben im Vollbildmodus hochkant auf dem Handy und dann sieht es so aus, als wenn man sozusagen in First Person dieses Handy bedient und die Nachrichten auch selbst erhält. Aber das können Sie sich gleich vorstellen, wenn ich Ihnen das Video zeige. So, ich hoffe, das Video ist sichtbar. Was? Woher hat sie? Wir brauchen einen Hartenalb, sonst sehen das hier alle aus, Herr Schwuler. Scheiße. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das war's auch schon. Jetzt versuche ich das hier noch zu schließen. Und wieder zur Präsentation zurückzukehren. So, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Und jetzt machen wir weiter mit der Präsentation. Jetzt aber leider gerade noch nicht funktioniert. So, das tut mir leid, dass es jetzt eine kurze Verzögerung gibt. Hier wird das Video angezeigt, was ich jetzt noch schließen muss. Das Video können Sie auf dem Pluszeichen schließen. Perfekt, super, herzlichen Dank. Genau, so, der eben angeschaute Clip behandelt das Thema Erpressung. Es gibt insgesamt sieben Kurzclips. Die sind alle so zwischen zwei und drei Minuten lang. Das heißt, ja, nehmen zum einen nicht zu viel Zeit in Anspruch. Zum anderen ist es auch für die Jugendlichen dann, denke ich, möglich, dann so lange die Aufmerksamkeit zu haben und konzentriert zu bleiben. Genau. Was auch sehr schön ist an diesem Produkt, also ich bin selbst auch tatsächlich begeistert davon, ist, dass diese Kampagne Gewaltig Daneben mit diesen Videoclips sowohl online natürlich vorgestellt werden kann, so wie jetzt hier auf diesem Wege, aber eben auch als Präsenzveranstaltung nutzbar ist. Ich selbst durfte da mit einer Kollegin schon an der Schule sein, wo wir das dann vorgestellt haben, die Videos abgespielt haben. Also es geht sowohl online als auch in Präsenz. Genau. Ich werde gleich noch tiefer einsteigen, was Inhalte und Ziele sind und auch noch kurz zur Entstehung was sagen. Jetzt sind wir. Genau. Eine Folie weiter. Genau. Man muss natürlich sagen, diese ganze Kampagne, da hat sich das Land Baden-Württemberg schon angestrengt oder wir als Landeskriminalamt und haben zusammen mit der Filmakademie Baden-Württemberg diese Clips produzieren lassen. Und dadurch ist das Ganze natürlich auch sehr professionell sehr ansprechend geworden. Und ich denke, gerade für die Jugendlichen, ja, einfach zeitgemäß auch. Genau. Und die Inhalte wiederum wurden von einer landesweiten Arbeitsgruppe, sozusagen die Experten für Gewaltprävention im Land Baden-Württemberg, die auch operativ tätig sind, also die schon seit vielen Jahren draußen an Schulen und bei sonstigen Veranstaltungen eben Gewaltprävention vermitteln. Und aus diesem Expertengremium heraus, unter Leitung vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg, unser Referat wurde dann diese, wurden dann diese Clips erstellt. Genau. Ich hoffe, dass es soweit für Sie ansprechend war. Und jetzt mit Blick auf die Uhr gehe ich zur nächsten Folie, zu den Inhalten. Zu den Inhalten, wie gesagt, das sind sieben Clips. Die behandeln das Thema körperliche Gewalt, anfänglich auch nur Provokation, aber eben auch, wie wir gerade gesehen haben, Erpressung und was bei uns sozusagen neu dann dazukommen ist, ist auch dieses Thema Mobbing, Cybermobbing, was ja auch einfach ein aktuelles Phänomen ist, wo wir auch als Polizei am Puls der Zeit sein wollen und eben auch dieses Thema abdecken wollten. Und ich glaube, das ist uns wirklich gut gelungen. Die anderen Clips sind genauso überzeugend. Das eine oder andere wird Ihnen vielleicht sogar noch besser gefallen. Genau. Bei Interesse könnten wir auch die Links zur Verfügung stellen. Allerdings ist uns natürlich daran gelegen, dass genau zum einen natürlich die Rechte bei uns bleiben und zum anderen, dass wir dann als LKA Baden-Württemberg und Polizei Baden-Württemberg uns dadurch dann nicht überflüssig machen. Genau. Jetzt komme ich noch zu den Zielen. Genau. Also, was ich auch besonders stark finde an den Videos und an der Kampagne ist, es richtet sich eigentlich an mehr oder weniger alle. Zum einen an die potenziellen Opfer, zum anderen aber auch an die potenziellen Täter. Weil eben sich der Zuschauer, denke ich, sehr, sehr gut hineinversetzen kann in die jeweilige Rolle. Genau, das ist der unterste Punkt, Förderung der Empathiefähigkeit. Ich glaube, das ist sehr gut dadurch gewährleistet, eben durch dieses First-Person-View, dass man eben meint, man hätte dieses Handy selbst in der Hand und kriegt diese Nachrichten selbst. Und dadurch kann man sich, denke ich, da gut hineinversetzen. Und dadurch soll eben einfach eher Verständnis vermittelt werden für die Rolle der Geschädigten und dadurch eben die Empathiefähigkeit gesteigert werden. Ganz wichtig sind natürlich auch das Verstehen der strafrechtlichen Grenzen. Viele Jugendliche, meiner Meinung nach, wissen da teilweise gar nicht, dass sie sich da auf Glatteis begeben im strafrechtlichen Sinne, beziehungsweise sich da strafbar machen. Erpressung beispielsweise ist ja durchaus ein nennenswerteres Delikt. Genauso aber auch was, ja, Körperverletzungen, Nötigungen und die anderen, Recht am eigenen Bild. Genau, also verschiedene, verschiedene strafrechtliche Tatbestände könnten ja da erfüllt sein, beziehungsweise sind dann erfüllt. Und das Aufzeigen und das den Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, ist eben auch ein Ziel. Zielgruppe ist übrigens Schüler von der sechsten bis zur achten Klasse. Das ist mal so der gesteckte Rahmen. Genau, und es sollen eben Konflikte, Gewalt freigelöst werden. Es sollen die Möglichkeiten zur Opferhilfe aufgezeigt werden. Also wir sagen dann zum Beispiel, sprecht mit euren Mitschülern, mit euren Eltern, Sprecht mit euren Lehrern, mit den Schulsozialarbeiter, geht auf Leute zu, sprecht darüber und bleibt nicht passiv, sondern seid aktiv. Genau, und eben auch sowohl die strafrechtlichen als auch die gesellschaftlichen Folgen von solchen Taten oder solchen Situationen eben aufzuzeigen. Genau, es gibt noch ein Filmbegleitheft. Das ist auch sehr aufwendig und sehr umfassend und auch sehr übersichtlich erstellt worden. Ich hoffe, Sie sehen das jetzt. Ich weiß auch nicht, ob Sie es gut lesen können. Hier werden jetzt die einzelnen Clips einzeln behandelt und die verschiedenen Lernziele genannt. Und das Ganze ist so aufgebaut. Ich blätter jetzt nur mal kurz durch zum Clip, den wir gerade gesehen haben. Genau, Erpressung. Es sind eigentlich sogar zwei Clips, aber aus Zeitgründen habe ich Ihnen jetzt nur eingezeigt. Genau, und dann sehen Sie jetzt hier, es gibt ein Lernziel. Schülerinnen und Schüler wissen, was Nötigung und Erpressung ist und kennen die entsprechenden Rechtsvorschriften. So, dann werden hier die Rechtsvorschriften auch aufgezeigt. Nötigung, Erpressung, Recht am eigenen Bild. Und eben Hintergrundinformationen sind hier enthalten. Sehr umfassend, aber auch übersichtlich. Und was auch ganz toll ist, wir haben jetzt hier, ich hoffe, Sie sehen es, Methodik. Und da steht jetzt, dieses Lernziel kann durch ein Lehrgespräch und gemeinsames Erarbeiten mit der Klasse erreicht werden. Genau, das war auch ganz wichtig bei dieser Kampagne, dass es eben kein Frontalunterricht dann wird, sondern dass man ins Gespräch kommt mit den Schülerinnen und Schülern, dass es ein Dialog ist. Und dazu gibt es dann auch wieder passend Impulsfragen, wie zum Beispiel, wie ordnet ihr das Verhalten von Külchan und Piara ein, also von den Protagonisten. Und dann fragt man die Schüler, was ist eigentlich passiert? Dann kann man fragen, ja, wie seht ihr das? Wie hätte man sich vielleicht verhalten können? Genau, mir war einfach nur wichtig, auch, dass die Schüler das soweit begreifen. Und da muss ich sagen, war ich sehr, sehr positiv überrascht, wie gut sie die Inhalte aufgenommen haben. Und ja, einfach, wie rege die ganze Teilnahme war, der Dialog. Also es war wirklich ganz, ganz toll, den Vortrag oder die Kampagne da schon mal in der Schule kurz vorzustellen. So, aus Zeitgründen werde ich jetzt mich noch etwas sputen für die letzte Folie. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch gleich wieder. So, es gab noch eine Kick-Off-Veranstaltung. Und bei dieser Kick-Off-Veranstaltung, das war auch eine ganz, ganz tolle Sache. Das war nämlich an der Schule, wo auch die Clips gedreht wurden, waren diese Veranstaltungen. Und dann waren alle Darsteller da, die ganzen Schüler, ja, die Protagonisten, teilweise natürlich auch geladene Gäste aus dem Bildungsbereich, aus der Polizei. Aber es war eben das Besondere, dass das dort vor Ort auch stattfinden konnte. Und wir haben jetzt da auch entsprechende, sehen Sie vielleicht Aufsteller, die stehen bei mir auch im Hintergrund, sehen Sie auch auf den Fotos. Es gibt auch Radiergummis. Und ja, wir haben schon versucht, mit dieser Kick-Off-Veranstaltung einfach da auch schon mal viele zu erreichen. Die war übrigens im November, die Kick-Off-Veranstaltung. Also, das Produkt ist auch wirklich noch sehr, sehr frisch und neu und sozusagen noch nicht lange auf dem Markt. Aber das haben Sie vielleicht auch ein Stück weit gesehen anhand der Qualität und der modernen Gestaltung. Ja, genau. So, jetzt komme ich zum Ende. Zwei Minuten bin ich drüber. Ich hoffe, das verzeihen Sie mir. Ich möchte jetzt an der Stelle mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse, für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden jetzt noch 30 Minuten Gelegenheit haben, uns auszutauschen. Genau, mein Kollege und Arbeitsbereichsverantwortlicher, der Herr Kübler, steht jetzt auch in dieser Diskussionsrunde zur Verfügung und wird Fragen beantworten können. Er war auch bei der ganzen Entwicklung und Entstehung dieser Kampagne stark mit eingebunden. Also, von daher kennt er sich da noch mal besser aus als ich. Genau, nichtsdestotrotz, ich werde auch natürlich versuchen, Ihnen die Fragen zu beantworten. Ich habe gesehen, teilweise im Chat kam schon die ein oder andere Frage auch zu den Links, wie man die erhalten kann. Genau, da können Sie uns einfach eine kurze E-Mail schreiben an präventionmitae.polizei.bwl.de und dann schicken wir Ihnen die Links gerne zu. Wie gesagt, die Clips sind absolut sehenswert, also auch wenn Sie vielleicht keine Verwendung dafür haben, sind die einfach in jeder Hinsicht einfach toll mal anzusehen. Wie gesagt, ich bin ganz begeistert von der Geschichte und genau, machen Sie davon gerne Gebrauch. Und jetzt würde ich überleiten in die Diskussionsrunde. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.